Und diesmal wird nicht rumgeblödelt. Den Geist nehmen wir mit nach Hause. Das ist nicht so gut, oder? Geister mit nach Hause zu nehmen. Deine Brüste wabbeln, guck mal. Meine Brüste wabbeln? Ich atme. Die wabbeln? Ich atme. Das ist nicht nur Atmung, die wabbeln hoch und runter. Guck mal, die wabbeln sogar versetzt voneinander. Ja, warte. Wabbelt bei mir auch irgendwas? Was hast du mit deinem Arm gemacht? Oh, siehst du, wie sie so runterschlackern? Ich blinzel wenigstens. Du machst komische Dinge. Ich weiß nicht, was mit deinem... Ja, blinzeln würde ich das auch nicht nennen, was du da machst. Okay, los geht's. Wir sind nicht hier zum rumblödeln. Der Fernseher ist aufschlömer. Geil, dann kann man direkt vielleicht... Oh, was denn? Ich wurde mich verschleppt. Shit, direkt brennt eine Lampe durch. Der ist ein bisschen aggressiv, oder? Mein Herz bombard. Hast du das Licht angemacht? Ja. Okay. Okay, der Geist ist aber nicht mehr im Keller. Ich kann die Tür hier nicht öffnen. Was? Die Haustür? Nein, die Küchentür. Der hat die irgendwie verschlossen. Kann das sein? Macht der sowas? Hä, wieso? Vier immer noch. Ähm, der bewegte V-J-A-Britt langsam von links nach rechts. 100 bis 500. Aber hier war gerade ein Temperatursturz. Ich sehe keinen Lichtschalter. Der zeichnet irgendwas. Oh. Er zeichnet einen Totenschädel. Okay. Dann hole ich noch was. Ähm, ich nehme noch die Vodopuppe. Und... Ja, erstmal die Vodopuppe. Eins nochmal. Okay. Oh, hier direkt. Oh, ich habe ihn gesehen sogar. Fernseher. Minus 16 Grad hatte ich gerade. Ganz kurz aber nur. Ganz kurz. Mach was mit der Vodopuppe. Are you here? Can you talk? Ich würde knurren oder so. Äh, habe ich gehört. Okay, da knurren nicht eines von den Zeichen. Ja, ja, voll laut. Okay, gut. Fuck. Fuck. Oh, da. Ich habe ihn fliegen sehen. Ach, nein. Oh, wow, wow. Wo? Ähm, ich sehe die Vodopuppe nicht mehr. Wo hattest du die hingelegt? Hier mitten vorne hin, oder? Hier auf dem Teppich, ja. Hat er sie geworfen? Gehen wir mal davon aus, er hat sie weggeschmissen, ja? Ja, würde ich auch sagen. Dann ist er gequält. Hinterlässt keine Spuren, würde ich mal machen. Die Ertrunkene, durchschnittlich alt und gequält. Ist richtig, ist richtig. Ist richtig. Jetzt können wir sehen. Jetzt haben wir Aufgaben. Weihwasser, Wasserhähne aufdrehen. Müssen wir das jetzt in der richtigen Reihenfolge machen? Versuchen wir es am besten in der Reihenfolge, oder? Das ist aber scheiße, das Zauberbruch verärgert ihn, ne? Ja. Weihwasser, was hast du jetzt in der Hand? Weihwasser. Dann nenn mich doch mal das Zauberbruch. Was auch immer man damit tun muss. Muss man es auf den Boden legen. Wow. Du bist gerade so im Dunkeln und dann machst du Licht an. Boom. Da bist du. Ey, guck mal da drinnen. Es ist grün da drinnen. Der hat ein Regal angegrünt. Der hat das in den Weg geschoben, so wie es aussieht. Ja. Wow, wo bist du? Zeig dich, zeig dich. Oh, die Flamme gerade hat mich irritiert. Da ist er! Hab ich getroffen? Ich hab eh nicht getroffen. Es hat gebackt kurz. Guck doch kurz, ob es abgehackt wurde. Ne, wurde nicht. Haben wir genug Geld, um... Ich weiß nicht. Ich hab vielleicht... Wo ist es denn? Ja, das reicht. Ghost, show yourself. Show yourself. Oh. Schon wieder daneben geschmissen. Sie ist ins Buch. Okay, weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Und vielleicht muss man es echt in der Reihenfolge auch machen. Das wissen wir ja noch gar nicht. Und mit dem Weihwasser konnte ich bisher nicht treffen, weil ich so dumm bin. Okay, der Fernseh ist an. Sie wird vielleicht da sein. Die Tür geht gerade nicht auf. Hä? Die ist hier irgendwo. Ich krieg die Tür nicht auf. So, jetzt. Oh, fuck. Sie ist... Oh. Da, hinterher. Küche, 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 Küche. Da kommt sie. Ey, die ist fuck wieder weggespawned. Sie hat es in der Hand. Nein, sie hat es in der Hand. Ja, es hat geklappt. Es hat geklappt. So. Fünf Wasserhähne aufdrehen wäre jetzt. Jesus-Statue schützt. Ich nehme die mal mit und jetzt gehe ich rum und zünde Wasserhähne. Zünde Wasserhähne an, ja? Jetzt wird mal die Wasserhähne an. Ups. Fünf Stück. Eins. Fünf Wasserhähne aufgedreht. Wurde schon abgehakt. Okay. Was wäre jetzt? Nächstes wäre das Buch. Show Yourself. Look at that beautiful book. That is wonderful. Ich bin draußen, die Tür ist zu. Das ist super. Ich bin drinnen und die Tür ist zu. Sie ist wieder offen. Mann, wir hatten schon zweimal ein Buch, ne? Das kann doch nicht so schwer sein. Da kommt sie die Treppe runter. Sie ist im Buch. Was sollen wir jetzt damit machen? Warten. Es wurde nicht abgehakt. Nein, ich habe eine Jesus-Statue. Habe ich die weggeschmissen gerade? Da habe ich sie in die Hand geworfen. Shit, ich habe meine Jesus-Statue weggeschmissen. Das wäre halt dumm. Nein. Nein. Jetzt wollte ich gerade den Wasserhahn losdrehen. Oh, ich bin tot. Kann ich den Wasserhahn trotzdem? Hey. Ich glaube, das bringt nichts, weil das Buch noch nicht abgehakt wurde. Das könnte natürlich sein. Weil hier steht die letzte korrekte Aktion, war Wasserhähne aufdrehen. Dann müsste jetzt das Buch eigentlich gemacht werden. Aber hatten wir doch. Steht da aber nicht. Weil Wasserhahn... Oh! Jus' Zauberbuch! Jetzt hat es geklappt. Wasserhähne auch. Yes! Läuft! Heiliges Feuer! Da, in der Küche! Küche! Nein! Okay, 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 zu spät. Wo ist sie denn? Kommt sie. Die Treppe runter! Oh, sie hat sie gefangen. Ja, was passiert jetzt? Oh! Yes! Ja! Und jetzt? Das war das Letzte. Jetzt können wir sie fangen. Oder? Wir probieren es. Probieren wir es aus. Das ist heiliges Feuer. Okay, gucke. So, jetzt theoretisch müsste sie irgendwo... Uah! Scheiße, es ist gar nichts. Ich muss drauf leuchten. Ich sehe nichts. Hier, die ist die Treppe nach rechts. Da ist Licht. Die ist da links reingegangen. Da ist sie! Ja! Ja, schnapp dir den Ball. Wir verpissen uns. Ja! Yes! So läuft das! Jetzt hast du dir wieder fast. Ich bin schmitzig, es tut mir leid. Ja, ich bin jetzt. Die Stadtschule. Wieso nicht eine Dorfschule? Die sind meistens kleiner. Ich wollte gerade sagen, das ist riesengroß oder was haben wir noch? Nee, ich würde gerne mir die Berthütte... Die Berthütte. Die Hütte vom Berthütte. Die Berthütte gerne. Let's go! Ab in die Berge. Guck mal, wie hübsch die aussieht, ja. Was hast du dabei? Ich habe die Voodoo-Puppe, das Vija-Brett und ein Land. Okay, ich nehme wieder EMF und... Oh, es sind hier schon minus 20 Grad. Willst du mich verarschen? Ja, wir müssen im Haus gucken. Guck mal, hier sind sogar Hundefußspuren. So süß. Boah. Macht's gleich. Das kommt mir aber alles recht groß vor. Guck mal, hier ist das Fenster auf. Hier drinnen muss es auch kalt sein. Ich höre jetzt schon... Hier drinnen ist es 11 Grad. Die Temperatur geht hoch. Ich habe jetzt schon mein Herzbombe anhören. Ich habe aber noch kein EMF. Doch, EMF 5, direkt. Red 3, okay. EMF sind wir schon durch. Ich kann das Vija-Brett nicht mehr aufheben. Ich auch nicht. Es packt. Es packt fest. Lassen wir es erst mal liegen. Heiß! Temperatur über 50 Grad. Jetzt kannst du die Wege tun. Ja, hab ich. Er hat gekrägelt. Ghost, can you talk? Ja, es ist die Dunkelheit. Er macht die Bude-Puppe hoch und runter. Okay, geil! Also es ist auf jeden Fall ruhig. Vija-Brett. Oder? Partikelzähler. Das Blöde ist, das Vija-Brett hängt halt fest, ne? Ja. Ähm, was ist denn der Partikel? Den habe ich schon in der Hand. Ja, dann warte, ich guck mal, was hilft. Nee, das Vija-Brett bewegt sich von rechts nach links. Oh, yes! Aber wir haben immer noch nicht, wie alt er ist. Ja, genau. Dafür brauchen wir jetzt den Partikelzähler. Oh, das ist die Voodoo-Puppe. Floh hoch und runter. Oder halt einfach... Ah. Raten. Wir könnten auch raten jetzt. Dann würden wir es ein bisschen verschnellern. Soll ich raten? Ja, wir dürfen halt nicht durchschnittlich... Also sehen durchschnittlich. Ich versuche es mit durchschnittlich. Richtig! Silberne Bombe. Okay. Lichter einschalten. Ich sehe gar nichts. Oh, fuck! Okay. Kein Licht. Okay, hinten ist noch eine Tür. Boah, das Haus ist auf einmal so groß. Oh, hier ist ein Teddybär. Von irgendwo wird er gleich kommen. Da hinten war gerade was. Ja, er ist vor mir! Nein! Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Er hat's in der Hand. Ja, okay. Und jetzt? Lichter einschalten. Hat... Oh! Es hat geblattet... Hat das geklappt? Fünf Lichter einschalten hat gezählt. Hat das hier geklappt? Ja, du hast den weggesaugt kurz. Okay, wir sollten vielleicht kurz Abstand nehmen. Nein, weil das ist die nächste Aufgabe. Oh, der bringt's weg. Ey! Er trägt's weg. Was ist hier? Das ist ein Schwein. Was ist die nächste Aufgabe? Das hier, mit dem hier, was er wegträgt. Nein! Doch! Vernichtendes Licht ist die nächste Aufgabe. Ja, das ist das Vernichtendes Licht. Sicher? Ja! Ganz sicher. Soll ich's mal mit ins Wohnzimmer nehmen? Oh! Was? Es wird kalt. Oh, da ist er! Ja! Vernichtendes Licht. Hat geklappt. Kurz rausgehen, warten, ob die Lichter gelten. Ja, Lichter gelten. Und was kommt hier? Räucherstäbchen, hab ich schon dabei. Ja, und danach? Das war's, das war's. Die Bombe. Das war's! Dann nehm ich die Bombe schon mal mit. Yes! Ich glaub jetzt, ich hör mein Herz. Eingang. Oh, er hat sie genommen. Okay, raus. Nee, nicht raus. Ja, jetzt. Da ist er doch. Warte, 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 warte. Entspannt, entspannt, entspannt. Da, hier landen. Der creept jetzt irgendwo rum. Soll ich wieder leuchten? Da! Ja! Jetzt aufhinten, du. Wo ist die Kugel denn? Ich seh sie nicht, du musst sie aufhinten. Ja! Gut gemacht. Guck mal, jetzt wo wir's geblickt haben, läuft's, ne? Ja, und wie? Machen wir die Schule. Ich war lang nicht mehr in der Schule. Was haben wir heute für'n Unterricht? Geistergrund? Biologie. Okay. Oh, sexy. Das ist ein fucking großes Gebäude. Ey, ich nehm wieder das Vieterbrett, ich nehm wieder den Block und ich nehm das Licht. Was der immer vor, da steht, mach alle Lichter an. Und es sind so 50 Räume. Ich höre Arschlecker. Okay, ich nehm direkt mal EMF in die Hand. Was ist das? Wobei, ne, eigentlich müsste ich das Licht. Wasser läuft hier. Ja, EMF reagiert aber nicht drauf. Das hat wohl der Hausmeister vergessen auszumachen. Machen wir die Lichter. Oh, hier ist ein riesen Speisesaal. Cool. Guck mal. Hier geht Licht an. Ich fang jetzt schon mal an die Lichter an. Ja, gute Idee. Das ist angenehm. Ghost, are you here? Ich würde nicht sowas von... Hier hat was gequetschte Tür. Wo? Hier, als ich hier gestatten habe. Ich krieg kein... Hier, lass uns mal ins Klassensheim. Ich suche die Lichter. Hoch. Oh, guck mal hier. Oh. Ist sie das? Das wird sie sein. Das bist du, Sean. Ich krieg aber keinen EMF. Na, das find ich irgendwie weird. Dass das da einfach rumhängt. Eher mehr verstörend als... Ah ja. Oh, hier! Oh, sie hat mich... Ah! Bibliothek. So weit hat sie mich jetzt gar nicht verschleppt. Ich bin nur hier hinten. Hi. Hi. Ja, hm. Hm. Was soll ich mir so nichts sagen? Da hinten flimmert Licht. Geradeaus. Ja, voll. Die jumpen voll. Schneller. Oh, sie wieder weg ist. Hier im Badezimmer. Ja, EMF. Die ist irgendwie so im Badezimmer geil. Nimm mich nicht schon wieder mit. Oh fuck, das EMF war nur ganz kurz auf drei. Und dann wird wieder aufgehört. Ay yo, ich leg das jetzt mal hier in den Flur und guck mal. Oh, ich hab wieder was gehört hier. Oh, 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 ist schlimmer bei mir. Komm. Komm hier durch. Äh, hast du das Buch weggeworfen? Sie hat das Buch hier weggeworfen. Nichts gemacht. Das ist einmal quer durch die Gegend gerade geflogen. Das blödeste Zweifel. Oh, ich hab 5%, 10%, 15%, 20%. EMF geht hoch. Ich bleib dir in 25, 30, 30. Es ging bis auf 30 und dann aus. Ja, das muss weiter noch laden. Ja, ich hatte auch kurz wieder EMF 3 und dann was wieder weg. Hier wieder, bei mir. EMF 3 steht vor mir. 40. Temperatur auf 0. 55, 60. Oh, sie hat mich getötet. 70, 75, 80. 100. Mist, es war nicht schnell genug. Fuck. Da fehlt noch ein ganz bisschen. Hier ist meine Lampe. Und mein EMF und die Temperatur. Oh, die Schuhglocke. Das Problem ist, ist es jetzt, muss es jetzt wieder von vorne laden. Sie hat gekrickelt. Das war bei 100%. Kannst du auch hören? 100 bis 500. Ich höre sie. 100 bis 500. Ich gehe rein. Ich höre. Die ist viel hier vorne. Ich stelle das Blitzding jetzt hier hin. Ach so, du hast es schon geholt. Okay. Da kommt die Treppe runter. Achtung. Girls, can you talk? Ne, sie können eine Lichter verbunden machen. Can you talk? Ja, sie knurren. Sie knurren. Sie knurren. Kannst du mir mal das blaue Licht geben? Ja, hier. Danke. Äh, die Budopoppe. Was? Die ist weg. Hat sie sie weggeschmissen? Anscheinend. Ja, okay. Gut, dann ist die Budopoppe weggeschmissen. Okay, ich gehe mal kurz in... Ja, ich bin dabei. Ich würde es, glaube ich, fast mal versuchen mit... Sie reagiert auf nichts davon. Ne, wir haben Blutflecken auf dem Boden. Fußspuren auf dem Boden. Fußspuren. Ja, Poltergeist. Ich, ich trage mal ein, ja? Ja. Yes. Ja, wir sind so gut. Salz, Weihwasser, alle Türen im Haus öffnen. Salz. Und die Budopuppe ins Haus bringen. Ich habe zugemacht. Oh, ich sehe sie irgendwo... Shit, die kam zu nah ran. Ich habe sie aber nicht gesehen. Sie müsste hier... Könnte hier immer noch sein. Lass mal näher zum Eingang gehen mit dem Platzgerät. Oh, oh, sie... Oh, da läuft sie doch. Shit, ich habe sie verpasst. Ne, sie tocklöschte da auch. Die war zu schnell weg. Ne, die läuft nach hinten. Da ist sie. Bam, getroffen mit Salz. Okay, weg, weg, erstmal weg. Okay, Salz wurde benutzt. Weihwasser, Weihwasser? Hast du? Nein, sie hat mich. Nein, ich kann jetzt noch nichts mehr tun. Ich habe es ihr entgegen... Ich bin tot. Ich habe es ihr entgegengeworfen. Ah, das Weihwasser ist schon weg? Das Weihwasser ist weg jetzt. Ach, shit. Ich muss ein neues kaufen. Nicht ärgern, Schatz. Tue ich aber. Oh, ich habe die Katastrophe hier zugemacht. Ich weiß es nicht. Was ist das für ein Wasserkocher da oben? Die hat gerade die Tür zugemacht. Das ist deine Taschenlampe. Oh, 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 oh. Oh, die hat das Ding entführt. Die verschleppt das Ding nach oben. Nach oben? Ja. Also, irgendwann hier ist eine Blockade, ne? Ich sehe nicht, wo sie hingegangen ist. Oh, fuck, wo ist sie? Ha, sie hat es ausgelöst, die Dumme. Jetzt ist es eh kaputt, dann brauchen wir es auch nicht mehr holen. Hier unten ist noch das Buch, das soll noch schützen, angeblich. Gut. Oh, oh, da hat sie gerade was weggeschnickt. Treib, 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 sie rennt. Ich sehe sie nicht. Oh, ist es zu oder was? Anscheinend weiß ich nicht, ich habe sie nur kurz gesehen. Show yourself. Oh, oh, ich höre sie. Oh, hab sie, hab's, hab's, hab's. Was als nächstes? Boah, aber krass, so, keine Ahnung. Türen, Türen wahrscheinlich. Türen, alle Türen, ja. Das kann ich da jetzt nicht allein lassen. Alle Türen öffnen, das ist so gemein in so einem großen Gebäude. Oh, oh, das Buch hat mich gerettet. Ohren! Vor allem, sie macht ja auch Türen wieder zu, regelmäßig. Wir können nicht mehr hoch. Nee, da können wir nicht hoch, wir müssen die andere Treppe nehmen. Die andere Treppe steht auch was. Nee. Doch. Nee. Doch. Ich mache jetzt erstmal unten an den Türen auf. Ach so, okay, vielleicht warst du das. Vielleicht hat sie auch gerade wieder irgendwas geschlossen. Sie können schon. Ich höre mein Herz. Oh, fuck. Fuck. Sie wird mich jetzt haben. Nee, mich. Nee, sie hat dich bei mir blinkt voll. Bei mir auch. Bei mir ist es fertig. Ja, nicht! Oh, ich habe noch das Salz in ihre Fresse geworfen. Oh, fuck, jetzt habe ich keinen Schutzgegenstand mehr. Ich auch nicht. Ich gehe in den Van. Ich mache weiter. Ich habe, oben habe ich einige geöffnet. Hier sind alle offen, glaube ich, oben. Wo sehe ich denn den Gegenstand, den ich gekauft habe? Keinen. Ich weiß, sie ist hier draußen. Sie ist hinter dir. Ja. Sie ist hinter dir. Ja, ist okay, wenn sie mich töten kann. Die Räucherstäbchen, nimm die Räucherstäbchen. Ich habe sie weggeschmissen. Oh nein, ich habe die Räucherstäbchen fallen lassen. Ich bin tot, wenn du jetzt drinnen unterwegs bist. Oh, fuck. Ja, ich bin drinnen unterwegs und ich merke sie. Und ich habe meine Fackel schon wieder einfach ins Leere geschmissen. Nein. Dammit, ey. So, ich muss jetzt eh überall rumlaufen. Dann kann ich auch noch mal nach Türen schauen. Da ist noch eine zuende Tür. Ja. Nice. Jetzt die Voodoo-Puppe dürfte sich automatisch abhaken. Oder man muss sie noch mal. Oh, dann müssen wir eine neue kaufen. Ich darf halt jetzt nicht sterben, ne? Sie müsste jetzt geschwächt sein. Ich habe die Voodoo-Puppe reingeschmissen. Das heißt, jetzt könnte ich einfach sie... Du könntest sie jetzt fangen. Ich habe halt kein Licht jetzt. Ich hatte gerade was gehört. Hier oben ist sie. Sie kommt die Treppe runter. Die große? Ja, genau da. Sie ist auf der anderen Treppe. Da ist sie. Siehst du sie? Sie geht wieder hoch. Gib ihr! Vielleicht zählt es aber trotzdem. Es zählt trotzdem so. Ja, gleich viel EP bekommen. Gleich viel Geld, obwohl ich tot bin.